Kaffee zum Befehl bitte. To go, ja? Gut, da hätten wir dann zwei Sorten. Einmal den Kaffee Arabica oder den Columbia Morning. Welche Kaffeesorte kommt dem normalen Kaffee am nächsten? Mir schmeckt beide. Gut, dann nehme ich den Columbia. Alles klar, 3,40 Euro bitte. 3,40 für einen normalen Kaffee? Ach, das ist der Columbia. Wegen der Sache mit der Bank. Ich habe letzte Woche deinen Professor Dr. Kollert kennengelernt. Er hat mir erzählt, dass du vor zwei Jahren das Studium geschmissen hast. Was um alles in der Welt hast du zwei Jahre lang getrieben? Ich habe nachgedacht. Und über was, wenn ich fragen darf? Über mich, über dich, über alles. MPW, wissen Sie, was das bedeutet? Medizinisch-psychologische Untersuchung. Im Volksmund auch noch genannt? Wie? Idiotentest. Und wer glauben Sie, ist damit gemeint? Ein Idiot. Sie oder ich. Der Präsident müsste diese Stadt entweder abbrennen oder in einer riesengroßen Toilette runterspülen. Taxi-Driver? Genau. Herzlich willkommen, Fleischbällchen. Die sind gut? Mhm. Stell dir einfach vor, wie du mit dem Schläger gerne mal eins über die Rübe ziehen würdest. Und wenn die Haltung stimmt, haust du drauf. Ich gebe dir einen Tipp, schneide dir die Haare, kauf dir ein paar ordentliche Schuhe und such dir einen Job, so wie es alle machen. Brigitte oder was? Wie alt bist du? 17, 18? Du bist doch schon als Alki auf die Welt gekommen, weil deine Mutti leider während der Schwangerschaft die Finger nicht vom Schnaps lassen konnte. Dabei willst du eigentlich nur, dass dich endlich mal jemand in den Arm nimmt. Julika, können wir wieder reingehen? Du bist ein einsamer Wolf, wa? Ich habe keinen belassen Schimmer, wovon die überhaupt reden. Kennst du das, wenn man so das Gefühl hat, dass die Menschen um ihn herum irgendwie merkwürdig sind? Aber wenn du ein bisschen länger darüber nachdenkst, dann wird dir irgendwie klar, dass vielleicht nicht die anderen, sondern dass man selbst das Problem ist. Wollen Sie vielleicht was Neues ausprobieren? Wir haben so ein Tagesangebot, da gibt es dann für zwei Euro extra noch einen Schokodonut oder eine Schnecke. Alles hausgemacht, alles bio. Soll noch Milch rein? Na, aber Sojamilch. Bitte nicht.